Ich habe es gerade gekauft. Du musst in Pfund bezahlen. Ich hasse es, auf jemanden zu warten. Da ist ein Kunde für dich. Kann ich es anprobieren? Wollen Sie bar oder mit Kreditkarte bezahlen? Das Preisniveau hat sich erhöht. Ist das nicht zu billig? Seine Größe ist 55. Wo sind die Umkleidekabinen? Lass uns ins Einkaufszentrum gehen. Was ist das für ein Armband? Wie viel kostet es? Fünf Dollar. Trägt sie Leggings? Er arbeitete in einem Lebensmittelgeschäft. Wo ist mein Anzug? Sie verkaufen Bio-Lebensmittel. Der Laden verkauft Souvenirs. Fünf